Hallo lieber Star Wars Jedi Fallen Order Zocker, hier der neunte Teil meines Walkthroughs. Nachdem wir hier den Ed Ed gekapert haben, sind wir erfolgreich hier auf Kashyyyk gelandet. Hier gibt es wieder einiges zu sehen, einiges zu entdecken. Am Ende werden wir hier noch einige alte Bekannte treffen, die jedem Star Wars Fan natürlich hier ein Begriff sind. Das war es auch schon von mir, jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Video. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald und tschüss. Die Werkbank da drüben, vielleicht liegt da was. ... ... ... ... ... ... ... Wie viel Strom kannst du leiten? Mit dem Trafo kannst du die Technik des Imperiums kurzschließen. Versuchen wir's! Das war großartig! Das war großartig! Das war großartig! Das war großartig! Vor uns liegt eine imperiale Harzraffinerie. Was will das Imperium denn mit Baumharz? Nichts Gutes. Sie stellen daraus eine starke Substanz her und wollen die Produktion hochfahren. Wir müssen sie aufhalten. Das ist der Plan. Wir kennen ihr Ziel nicht, aber sie sind zu weit verteilt. Wir haben eine Karte, die das beweist. Die Raffinerien sind gleichzeitig Lager für die Gefangenen. Wir sorgen mit diesen Cuttern für Ablenkung. Während du mit deinem Lichtschwert die Wookies aus den Lagern befreist. Wir brauchen die Wookies im Kampf gegen das Imperium. Verstanden. Pass auf dich auf da drin. Hast du gehört? Wir brauchen meine Hilfe. Komm, Kampagne. Da drüben! Einer der Cutter läuft! Da drüben. Einer der Cutter läuft! Er ist so gut wie erledigt. Greift ihn an! Schnell! Trupp! Feuer! Er hängt zu schnell! Jetzt hast du es mit mir zu tun. Gute Leistung. BD-1. Irgendeine Idee? Oh, hilfreich. Was ist es? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Willst du dich wirklich in das Ding eklinken? Okay! Eine Abkürzung? Deshalb wolltest du es verschieben! Davon wusstest du gar nichts richtig! Du wolltest nur den Cutter einschalten! Hmph! What's the end of the night? There is no place where you can turn on your camera. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich lass' nicht zu, dass du mich eliminierst! Seid ihr noch am Leben? Ist jetzt schon. Fast beim Gefängnis. Gut. Wir haben imperiale Notsignale auf dem ganzen Planeten. Holt die Gefangenen da raus sonst. Wir schaffen das. Versprochen. Der Jedi kann jede Minute hier sein. Und unsere Verstärkung? Im Rücken. Habt ihr Bewegung gesehen? Einen guten Treffer. Schneller! Wir werden dich für das Imperium! Voll drauf! Jeder Jedi ist gefährlich! Oh, ein Kratzer! Macht ihn fertig! Ich gehe bei dieser Verfolgung voraus. Der ist verwundet! Wir werden problemlos gewinnen! Zögerst dein Ende nur hinaus! Holt euch das Ziel! Holt euch das Ziel! Das Ding hier braucht Strom! Das Ding hier braucht Strom! Keine Wachen? Holt euch das Ziel! Hey! Wir wollen euch befreien! Ihr seid nicht alleine! Besucher sind nicht gestattet! Besucher sind nicht gestattet! Das werden sie bereuen! Was ist das? Ja! 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 Wie ist das, Mann? Ich helfe gern! Ich helfe gern! Wer will ein paar Imps bekämpfen? Dann helfen wir den Wookies mal zurück in den Kampf! Gute Arbeit, Jedi! Ich helfe leer! Eine Nahkampfdroiden-Steuereinheit! Denkst du auf, was ich denke? Drin Wookies WD-1? Wollt ihr nur mal hören? WD-1? 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 WD-1?